Da muss auf jeden Fall noch Stein hin, Stein, ich muss nicht irgendwie hochbauen können. Das hier wird jetzt auf jeden Fall noch mit Steinen ausgefüllt, dann sortiere ich gleich die Fenster mit ein. Gibt's da auch noch so Einrichtungen oder sowas? Ne. Oder irgendwie für einen Aufenthaltsraum, ein paar Tische, Stüge. Ja, ja, ja. Gibt's. So. Das ist hier gut, da muss das hier noch irgendwie geschlossen werden. Äh, wie machen wir das jetzt? Ähm, ich könnte jetzt, ähm, Viererfenster benutzen. Muss mal eben schauen, wie der das gemacht hat. Vielleicht sehe ich da ja irgendeinen Hinweis. Nö, sehe ich nicht. Okay. Kreation. Ähm. Welche Höhe? Diese Höhe sollte ich vielleicht machen am besten. Bei einer Höhe? Soll ich, äh, soll ich, äh, soll ich diese Höhe benutzen oder soll ich diese Höhe benutzen? Da. Also einen da drüber. Da so. Oder zwei da drüber. Weiß ich auch nicht. Ähm. Ja, ich mein, die sind ja irgendwie immer hoch, die Fenster. In der Feuerwache. Ich glaub, ich benutze zwei. Das heißt, ich mach hier jetzt noch einen drüber. Dann fang ich wieder an zu planen. Ähm. Das heißt, ich mach hier eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier. Komm gleich wieder. Eins, zwei, eins, zwei, alles klar. Drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Mann! Okay, machen wir eins, zwei, drei, vier. Nee, machen wir eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Häh? Was machen wir, wenn wir drei machen? Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Häh? Warte. Wir können einfach so machen. 1 2 3 ähm 1 2 3 4 Stein Stein so 1 2 3 1 2 3 4 so so machen wir es gut dann hätten wir es auch schon wieder erledigt was nackt alter so zack und 1 2 3 4 alles klar gut Glas oder was kommt da rein da kommt sowas rein oder ja da kommt sowas rein 1 2 3 4 1 2 3 4 weil sind die zu hoch die sind nicht so hoch oder ja ich frage gleich mal den themen die zu hoch sind ich brauche noch eine schaufel so dass gleich jetzt hier auch machen das heißt hier ein höher ich hab kein stein mehr hi hallo kannst du mal eben in die feuerwache kommen ich brauche deine rad ok ich muss wissen ob die gläser zu hoch sind aber ich bin doch gerade am äh 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 ja was hast du für eine ausrede ähm ich ich muss doch noch mal einen pizza burger aus meiner oh mein gott ich hab zwei herzen noch ein bisschen erstmal essen äh so jetzt komme ich äh äh so Palmer so wo sind wir denn ja normalerweise könnte ich mit meiner Lara einfach zu dir fahren das würde so schnell so viel schneller gehen und ich würde keine Keulen durch Rennen verlieren und ich könnte nebenbei noch SMS beantworten. SMS, Alter. SMS. Weißt du noch, was das ist? Nee, weiß nicht mehr. Ich auch nicht. Nee, deshalb habe ich gefragt. SMS beantworten. Na gut, nicht während des Lorenfahrens. So, ich komme mal durch den Eingang hier. Hallo. Warte, das ist doch mal ein schöner Boden, zumindest bei mir. In Grau gehalten ist der sehr gut. Und im rechten Raum ist die Leiter nach oben. Oh, das sieht cool aus mit dem Zaun. Ich bin da noch nicht ganz fertig. Ja, warte, was sagst du? Ja, das mit der Leiter soll so bleiben, weil da oben kann nichts mehr hin. Ja, okay, also ist das nur zur Deko. Das Einzige, was ich von dir wissen wollte, da ist auch nichts dran. Ähm, was ich von dir wissen wollte, diese Fenster da, da rechts, sind die zu hoch? Sollten die Einweite tiefer? Das ist eine gute Frage. Äh, nein, die sind genug. Äh, die sind gut. Gut hoch. Weil hier würde ich dann die genauso hoch machen. Ach, gut. Vorsicht, geht er weg, geht er weg. Oh, Glück, Alter. Boah, Alter. Aber allerletzte Sekunde. Ja. Ja. Ähm, an dieser Wand genauso, ja klar, auf jeden Fall genauso hoch. Und das ist auch gut so, die Höhe. Ja. Das kannst du so machen. Magst du ja auch noch, äh, Autos hin? Äh, nee. Ich glaube nicht. Sehr cool. Ich muss schauen. Ich muss schauen. Äh, du bist so ein Pisser. Oh, noch ein Scherz. Ach. So, mal eben schauen. Eins, zwei, drei. Aber die Höhe ist echt gut. Eins, zwei, drei, vier. Warte. Hälp. Eins, zwei, drei. Drei. Eins, zwei, drei. Vier. Eins, zwei, drei. Halt. Drei, drei, vier. Okay. Das gibt keinen Sinn. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins. Öffniss. Dattie ist doof. Dattie ist doof. Eins. Eins... Zwei... Zwei... ...Vier. Eins... Zwei. Eins... Tü твор... ...一... ...�ats... ... eins, zwei... ... drei, vier. Eins ... zwei... Dasscheiße. 1 2 3 4 gleich mal mitnehmen 1 2 3 4 1 2 jawoll geil hattet ihr mal wieder jetzt so vor der winterpause was ein spiel ein fußballspiel hatten wir nicht mehr also kein spiel seit der letzten begegnung jetzt nicht verarschen genau jetzt kommt die einrichtung weil ich hier ist ja eigentlich so relativ als fertig vielleicht kommt hier noch so eine fackel hin das ist jetzt ein bisschen scheiße da kommt eine fackel hin da und da kommt da eine fackel hin und da eine gut gut die finde ich ein bisschen tief die können ruhig ein bisschen höher ein bisschen tief das kalte tippen der tippen experte ja die können echt ein bisschen höher die können dahin die können auch dahin denn ja so das hier wird die umkleide das heißt genau hast du mir schon das bild mit den hacken geschickt ja das ist gut dann brauche ich noch mal ein bild wie denn das aussehen soll da ist es 2 hoch und das ist auf fensterhöhe ja jetzt kommt ein bild zum einsatz ganz süß ein holzblock ein stick und ein eisen da du 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 besonderes ich glaube ich brauche davon ein bisschen mehr genau so holz das ding und eisen acht reichen locker dann baue ich das noch das noch das noch okay okay da so Jetzt hätte ich gerne gewusst, wie da die linke Seite gemacht hat, weil ziehe ich hier gerade nur die rechte Seite. Das ist ein bisschen schade. Äh, Umkleider. Wie sieht nur Umkleider aus? Äh, soll ich da Bänke hintun? Ja, doch, da sind Bänke. Das weiß ich selbst ich noch. Bänke oder nur eine Dusche machen? Äh, ich glaube, Bänke wären gut. Ja, sind ja auch auf dem Bild. Richtig. Ja, nee, das war der Gemeinsatzverwand. Nee, das waren keine Bänke. Sicherっぱ hat mir le Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye. Ihr bist so ein Monglo. So, ein Monglo. eben hier schauen mal eben hier schauen dann mal hey wie war das du bist ein ganz ganz netter typ weiß ich selber jetzt ich bin sogar fast fertig vielleicht vielleicht sind wir sogar gleichzeitig fertig 1 2 3 4 heißt gut aus hey schätzlein was sagt die uhr die uhr sagt es ist schon viel zu spät wer hat denn an der uhr gedreht oh mein gott das war eine frage da antwortet man nicht mit oh mein gott ich weiß nicht oder wenn deine älterin fragt pascal das hat ja letzte woche nicht geklappt ich frage dich noch mal was ist eins plus eins und du sagst mein gott ja dann sagt die fragte dich was hast du gesagt und du so tut mir leid wenn ich falsch geantwortet habe ich habe die frage nicht verstanden sie reden ja so undeutlich ja und daraufhin passiert folgendes pascal dass du dir daran sagt es ist viel zu spät und wir sollten die folge abmoderieren sollten wir das schon wieder zeit gut dann mache ich die abmoderation jetzt einmal also liebe zuschauer da tschüss